Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei meiner weiteren Folge von Battleplay, heute mit der LK-S. Ja, hallo. Und wir turnen in 3, 2, 1, schon. Los, so. Und, ähm, ja, was soll ich noch zu sagen? Ähm, was es noch zu sagen gibt? Scheiße! Was? Ich bekomme Strike. Wieso? Oh ne, er will. Ich habe vergessen das. Sextum-Paket reinzugeben. Scheiße. Aber jeder bekommt zwei Strikes, ne? Oder sind wir jetzt raus als Team? Ne, ne? Ne, glaube ich nicht. Ach, Quatsch, ne. Ne, 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 glaube ich nicht. Gut. Den machst du jetzt noch einen, oder? Hab ich schon. Okay. So, ähm, ja, wir müssen weiter Dias suchen, weil sonst haben wir gar keine Chance. Gar keins. Ich habe noch ein Dias-Schwert. Gut, wir haben dann alles verbraucht. Wir müssen noch mehr. Wo hast du die letzten Dias gefunden? Hier hinten, hier und dann hier rein. Alles klar. So, ich mache mir erstmal noch einen Eisenspitzackel. Wie soll ich mir eine Eisenspitzackel machen oder soll ich die Diaspitzackel lassen? Mit der Weite abbauen. Äh. Keine Ahnung. Ich baue lieber mit einer Eisenspitzackel. Wenn du noch einen Stick hättest. Ähm. Ich habe jede Menge Holz, ja. Vielen Dank. Scheiße, jetzt muss ich was wegkaufen. So. Was brauchen wir nicht? Wir brauchen nicht so viel Kabel. Und kein Dioril. Ich sitze hier auch gerade schon mal. Ich habe hier noch was zu futtern, zum Braten. So, was brauchen wir noch nicht? Das ist hier oben noch Eisen. Ich mache erstmal eine Eisenspitzacke noch. So. Ja, wir können total chillig aufnehmen, weil irgendwie wird es langsam weniger mit den Leuten, die auf dem TS aufnehmen, ne? Ja, schon. Ich mache mir jetzt mal hier hinten weiter. Und wir nehmen gar niemand mehr auf, habe ich das Gefühl. Ja, irgendwie komisch. So. Manuel hat sowieso die letzte Folge schon vor drei Tagen hochgeladen. Oh. Na. Da müssen wir doch mal Bescheid sagen, oder so, ne? Ja, müssen wir mal sagen. Aber ich habe mir in den letzten Tagen auch ein paar Folgen von den anderen angeguckt und so. Da habe ich mir auch so gedacht, ähm... Ähm... Oh, Epic. Sorry. Da habe ich mir auch so gedacht, vielleicht haben wir wirklich absolut keine Chance. Wir sollten einfach, ähm... Ach, ich würde lieber irgendwo zu Lava gehen. Einfach mal so, äh, aufgeben, aber... Ja, ich würde... Also, ich würde lieber in einem Kampf sterben, als einfach so aufgeben. Ja, ich meine, klar, in einem Kampf, aber... Natürlich im Kampf. Oh. Noch irgendwo Lava. So. Ja, ich nehme noch Eisen mit. Eisen kann ja nicht schaden. Genau, Eisen kann nicht schaden. Also, ich meine, wofür brauchen wir das eigentlich? Ja. Für Spitzsachen. Stimmt. Und Ersatz... Dingens. Ach, keine Ahnung. Los, Dias, wo seid ihr? Ich habe schon wieder Lapis gefunden. Alles klar, ich bin hier irgendwo hingegangen. Ich glaube, wir müssen mal, ähm, gucken, wo die anderen ihre Basis haben. Meinst du? Ja, ich weiß nicht wo, aber... Ich bin mir ja nicht sicher, aber wenn die einen Verzauberungstisch haben, dann dürfen wir den ja abbauen, wenn da kein Schild dran ist, oder? Ja, wenn da kein Schild dran ist, schon. Deswegen denke ich mir, das wäre die einzige Chance noch, was so... Oder zumindest ein Zuckerrohr irgendwie. Aber wenn die da ein Schild dran haben, sind wir im Arsch. Ja, aber die meisten machen nämlich kein Schild dran. Das ist es ja. Das ist nicht so laut. Sonst gucken wir unsere Folge und... Nee, da guckt keiner. Ja, doch, doch, vielleicht, ne. Und wenn schon, ey. Kommt, John, Dias, wo seid ihr? Ich bin auf Dias-Suche. So, hier noch. Sollen wir mal losziehen, oder? Nee, nee, ich würde noch hier... ...dieser Folge in der Höhle bleiben und nach Dias suchen. Okay. Würde ich tun. Ja, dann machen wir das. Ich bin schon wieder voll. Äh, brauchen wir jetzt eigentlich noch die Eisenrüstung? Ähm... Achso, ich hab Eisenstiefel. Ich hab aber schon Eisenstiefel und Eisenbrustpanzer. Brauch ich nicht, weil ich ein... ...ier Brustpanzer. Ich glaub, ich hab auch alles. Wenn ich crafte, wir neues. Wir haben ja genug Eisen. Ah, stimmt. Ah, stimmt. Ja, wir haben ja genug Eisen. Dann... ...Bogen brauchen wir. Dann brauchen wir noch... ...oder besser gesagt, was brauchen wir nicht? Ich weiß es nicht. Diorit brauchen wir nicht. So, hier ist mal nichts. So, wir kappeln nicht. Guck mal, vielleicht ist hier noch irgendwie was an der World Border. So, kein verrottetes Fleisch. Verrottetes Fleisch ist scheiße aus. Ich stelle mir vor, ich grabe jetzt und dann hinter der... ...hinter der Begrenzung sind Dias. Oh! Das ist jetzt eine Schöße. Das hab ich schon mal richtig oft. Okay. Das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. So, Fackel setzen. Hier die letzte, die ich noch hab. Zack. Und Dias suchen. So, ähm... Ja, ich... Also irgendwie... Vielleicht mach ich mal auch einen Weg nach oben raus oder so. Oder haben wir noch einen? Vielleicht kann ich ja dann schon mal nach Dings suchen und gehen, äh... Nach Zuckerrohr oder eine Basis oder so. Wir können uns ja trennen. Ich weiß nicht, du greibst weiter und... Ich glaub, ich hab dich sowieso schon verloren. Okay. Oh, da war ein... Äh, nee, da war ein Creeper. Ich hab ihn gehört. Ja, okay. Wo, in welcher Richtung so? Äh, von mir rechts. Scheiße, Herrgut, was ist für mich rechts? Oh, Lava, 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 Lava. Oh, Lava, Lava, Lava. Oh, ich seh den Namen. Also... Rennen auf keinen Fall bei mir vorbei. Ich guck grad hier beim... Ja, bei einem Lava-See, äh... So, ich hab jetzt noch ein bisschen Gold. Gut, wir können uns noch einen Gold-Apfel machen. Cool. Und ich hab Grotten gefunden auf dem Weg. Ja, und ich hab hier Lava gefunden. Äh, vielleicht sind hier irgendwo Dias. Ja, warte, ich komm zu dir. So. Kessi, ich kann was am besten. Erforschung. Darfst du mich? Hä? Ja. Warte, ich buddel mich grad zu dir. Bleib stehen! Ich hör ein Skelett. Ah, die sind ja hier nicht so OP. Hey, Skelly! Oh! Oh, 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 oh! Ja. Oh, hier ist es dunkel. Da ist Lava. Ich glaub, ich bin gleich mit dir. Hallo! Hallo! Geh mal da, oder? Ja, ich geh hier hoch. Wo ist die Lava? Die ist schon weg. Die hab ich weggemacht. Oh, hier ist neu erforschtes... Hast du jetzt den Eimer mit Wasser, ja, ne? Ja. Gut. Aber da war die Lava, oder? Da, wo das Kabel ist. Ja. Okay. Ich nehm mal die Lappen. Den Lappen, das Lappen mit... Ah, ich hab schon 46. 46 Level? Nein, 64, äh, Lappen, mein ich. Ach so. Zum Steck. Erstmal Müll wegschmeißen hier. Das ist auch Müll. Warte kurz. Oh Gott, ein Skelett. Na guck mal, das kannst du auch immer machen. Komm mal. Warte, warte, warte. Da ist ein Skelett irgendwo da oben. Hm, komm. Was? Kannst du immer das machen, ja. Oh, hier ist ein Skelett irgendwo. Ich sehe, hör keins. Oh, hier ist Kohle. Ein leerer Eimer brauchst du. Ne, Level... Ey, nicht leeren, ähm, wegschmeißen. Was, was ist denn? Was, das brauchen wir doch nicht. Das kann man auch anders machen. Ähm, wieso habe ich nur einen Flint? Ich habe keinen Flint. Wir haben eine Karotte. Brauchen wir die? Scheiße, ich habe den Lava einmal weggeworfen. Das ist der Lied. Ich höre dich doch. Wo bist du? Oh, ne, ich nehme jetzt kein... Soll ich Eisner mitnehmen? Ja, kannst du machen. Äh... Ich bin irgendwie heute so müde, ich weiß nicht warum. Das muss doch irgendwie sein. Ach, jetzt... Ach, toll. Hier ist noch mehr Zeug. Pass mal auf, ja. Oh, Hi, Skelett. Andesit brauchen wir auch nicht. Wie geht's? Gut. Boah. Pass auf, da wegen der Lava. Hast du die jetzt gefunden? Ja, ich gucke mal, warum ich die jetzt schon... Nicht das Wasser... Äh, nicht das Lava wegmachen. Okay. Lass diesmal bitte nicht weg. Dann nehme ich mal den Azen mit dir. Oh, toll, das haben wir schon mal. Das ist gut. Äh, wir brauchen... Da hinten geht's weiter, wa? Anscheinend schon. Ja. Gut. Ich werde jetzt nicht meine Koordinaten aufrufen... Das ist ein Enderman, scheiße. Ja, mach den mal kaputt. Du schaffst den. Ähm, weil Enderperle und so, dann können... Falls wir flüchten müssen und so. Immer auf die Beine hauen. Dann haut der auch nicht auf. Das ist kaputt. So, ich habe... Oh, fünf Minuten noch. Keine Enderperle. Ah. Entweder ist in die Lava gefallen oder dort kann er getroppt. Okay. Wenn sie in die Lava gefallen ist, ist das scheiße. Da oben ist noch ein Ender, meiner. Ja. Ich guck dir mal in die Augen, absichtlich. Na, guck, gut. Das habe ich ihn schon mal angeguckt. Oh, meine. Das wird er sich gleich teleportieren oder so. Ah, ich habe keine Spitzacke mehr. Ich gehe mal zurück zum Ofen und so. Anscheinend sind ja auch keine Dias, aber das muss nichts heißen. Vielleicht sind da doch Dias. Und hier oben geht das Hof. Alles klar, Dias. Ja? Ja. Mehr uns jetzt? Aber nur zwei. Naja, besser als gar nichts. Ja, hast du recht, ne? Oh. Hi, Enderman. Äh, wie geht's denn so? Oh, noch, noch, noch zwei Dias. Da unten müsste... Äh, da unten bei dir kommt gleich ein Enderman. Und hier oben ist noch Gold. Sechs Dias habe ich wieder gefunden. Hey, Andy. Hey, hier. Guck mich doch mal an. Hi. Genau den. Mach den mal kaputt. Hi, ich bin hier oben. Ein Enderperle. Hi. Hallo. Ich mach mal ein Screeny. Screen? Ja. Stimmt. So, äh, hier oben ist noch Gold. Ja. Nice. Screen. So, hier oben ist noch Gold. Da komm ich dran. Und da hinten geht's weiter. Ich habe wieder sechs Dias gefunden. Hinter... Pass auf, das ist Gold. Epic. Und hinter dir geht's weiter. Ich hab keine Spitzsacke mehr. Ich weiß ja, warum... Das ist zu mir. Weiß ich auch nicht. Das ist auch der Niemann, ja. Ähm... Hier runter, da runter, hier runter, da runter. Aber wir brauchen... Wir müssen auch noch Äpfel finden, weil... Ja. Goldthorn war jetzt schon mal genug. Guck, da geht's weiter. Gut. So, Essen... Essen muss man jetzt auch nicht so viel. Das wird jetzt nicht so schnell verbraucht in der Höhe, da hab ich das Gefühl. Okay. Hast du noch Essen? Ich hab kein Essen mehr. Ja. Doch, ich hab noch eins. Ich hab noch genug. Ups. Ich hab die Nachricht verpasst, dass wir in 5 Minuten gekickt werden. Äh, ja. Wir haben ungefähr bestimmt noch 3 Minuten oder so. Ich guck mal, ob ich noch ein paar... Äh, äh... Flint, ja, kann ich mache. Oh! Der Zombie, wenn ich zum Jokok komm... Ich hab ja auch genug Pfeile, also könnte ich den jetzt erschießen. Toll, aus 10 Gravel kommt ein Flint raus. Okay, sie merkt ja das auch für die Zukunft. Was? Immer bei Lava-Dias-Kuppen. Hm, okay. Gut, da wo ich jetzt grad war, wo du gesagt hast... Ja. Ist nicht so viel, ne. Okay. Geht's nicht weiter. Nice! Ich hab schon... Wenn du drauf bist. Was, Dias? Nein, ich hab gesagt, ich komm zu dir, wenn du drauf bist. So. Ja, ich versuch ein paar, äh, Flint zu farmen. Für Pfeile. Ja, wo du... Ich bin wieder an unserer Base. Okay, da ist es nicht. So. Where is unsere Base? Ähm... Nach unten und dann rechts. Ah, da. Rechts. So. So, Hallöchen. Hallo. Vermutlich werden wir sowieso gleich gekückt. Oh, wie viel Essen. Nice. Und Eisen. Wir haben so viel Eisen. Ja, ich hab das schon wieder reingetan zum Schmelzen. Oh, shit. Oh, gib mir doch mal nen scheiß Flint her, Mann. Es ist echt zum Heulen hier. Was denn? Wir brauchen keinen Sinn. Wir versuchen ja... Doch. Daraufhören. Der für Pfeile? Pfeile? Ja. Pfeile macht man nicht was für Flint. Jawohl. Feder, äh, Stöcke und Flint. Echt? Ja. Ach, ich weiß. Oder bin ich blöd? Wer 31 Sekunden klickt, nur zu hinfuhren. Den fünften Sikens. Nein. Schnell. Schneller. Gess, ich glaub, das bringt nichts, wenn du das neu playst. Da kommt erst recht nichts. Ich hab schon ein bisschen rausgekriegt. Ich hab neun Flint. Und ciao. Tschüss, Leute. Ja, und ciao. Nicht bei Kessi. Tschüss. Nein, tschüss.